Wenn sich der Bildschirm Ihres iPad oder iPhone nicht mitdreht, sobald Sie das Gerät drehen, ist wahrscheinlich die Ausrichtungssperre aktiv. Die schalten Sie ab, indem Sie hier von unten nach oben wischen. Sie sehen dann das Kontrollzentrum und hier in der rote Schaltfläche ist die Ausrichtungssperre. Die deaktivieren Sie, machen das Kontrollzentrum wieder aus und danach richtet sich die Ausrichtung wieder nach der Lage Ihres iPad oder iPhone. Das war's. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis bald bei tippscout.de